Heute sind wir live mit dabei Araba und Keks. Hi und Keks, du bist hier. Hotties, Angriff! Er hat euer Bruder getötet! Angriff! Boah, Junge, die sind eine Spinne, die ich da da und hörte. Bitte nicht, Hotties, bitte! Angriff! Nein, fuck, 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 ich werde immer nicht mehr... Ha! Opfer! Gut, Hotties! Wird herkommen! Ansatzen! Jetzt komme ich wieder nicht nach Hause. Was ist hier passiert? Es hat dir Fein gemacht, Hundies! Habt ihr doof gemacht, ehrlich? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Warum sehe ich da so die komischen Dinge? Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Mal ganz kurz alle Sachen aussehen. Soll ich mal F9? Nö, nö, nö. F10. Ey, mein Minecraft lecker. Mir leckt mein Internet. Bei mir ist das hier auch, Rudi! Okay, kann sein, dass ich gleich cutten muss, weil vielleicht mein Minecraft abkackt. Weil aus irgendeinem Grund diese komischen Streifen da sind und ich jetzt jede Taste komme ich jetzt für nachs Probier, aber bei F10 anscheinend das ganze Minecraft aufhängt. Ah, geil. Ja, geil. Ja, richtig geil. Es wird Nacht. Nein. Du musst mich einbauen. Ach lololololol, jetzt geht's wieder. F11 ist Vollbild, ne? F12? Ne. F8 ist Aufnahmebänden. F7. Und die? Wo seid ihr? Okay, F7 ist das wieder. Genau. F6. Ich hab einen Hund. Ah, F6. Okay. Oh nein. Ach du Scheiße. Dara, deine Hunde hören sich jetzt nicht gerade gesund an. Ja. Ich bin tatsächlich verkekst. Was hat er denn gemacht? Hat er nur nichts geschlagen und eingetötet. Ich wollte ihn eigentlich nur streicheln. Nein. Das haben sie alle! Und die zurück! Keks, der Mörder. Oh nein. Braking. Neb. KLEGO NEWS. Moin moin. KLEROX NEWS. Oder KLEBOX NEWS. Keine Ahnung. Ja du hast recht. Ähm. Okay. Ich brauch mal ganz kurz. Was besser. Ein besseres Bild zum einblenden. So. Bei Quellen hinzufügen. Bild 2. Durchsuchen. Bilder. Profilbilder. Und. Mal KLEROX suchen. Da ist es ja. Keks, verreck einfach. Ja. Verreck. Muss jetzt mein Hund hin? Okay gut. So moin moin. Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder. Der YouTuber, der allerdings inaktiv ist. Bei Keks YouTube aka Let's Cookie YouTube aka Klerodon HD ist zum Mörder mutiert. Er hat einen der Hunde von Flying ARA 04 gnadenlos getötet. Der Minecraftische Tierschutzverein ist schon auf der Suche nach ihm. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderbaren Morgen Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video. Und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Klerox News. Biss. So. Ich war kurz AFK. Ich hoffe ihr nimmts mir nicht so übel. Also. Naja. Jetzt gehts aber weiter. Also. Im letzten Part hat Keks sein PC bekommen. Oder beziehungsweise gecrafted. Er hat ihn ja nicht bekommen von irgendwem. Sondern er hat ihn sich selber gemacht. Und er hat aber das Betriebssystem von mir installiert bekommen. Weil ich habe ihn das Betriebssystem installiert. Und dann habe ich ihnen auch noch Skype erklärt. Und dann haben wir gestern tatsächlich auch mal ne Runde geskyped. Okay. Eigentlich ist es nur Schreiben über das Skype auf dem Minecraft PC. Aber ist ja egal. Aber auf jeden Fall ist es derzeit nach wie wir an der Minimap sehen können. Bedeutet die blöde Anlage funktioniert. Obwohl jetzt haben wir ja einen Generator wieder da. Na okay. Passt. Ja an diesem. Keine Ahnung. Wie das heißt. An diesem Terminal halt. Wo die ganzen Items sind. Dann haben wir jetzt wieder den Generator. Wo Generator? Wo 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 wo? Wo ist hier ein Generator? Du meinst sie ja der da war der hier. Ja. Der wurde zurückgemacht und zwar zum Zonauir. Ich will gut oder. Ah meine Güte. Ich glaube er ist fröhlich. Ich glaube er ist der Freund, das ich gut gemacht das hab. Glaub ich auch. Ja haha ich muss eh immer kurz nur mal kurz warten das Glas gucken. so auf jeden fall ja ich habe gerade von klerox news gehört dass keks ein mörder sein soll dass der minecraftische tierschutz werden schon hinter ihm her ist ich helfe dir so weit ich auch was ist da eingeben es ja ist ja künstlich bahn kling oder nahradäher du musst es da eingeben ober gott doch der blitz eingeschränkt es blitzt schlag gott der blitz war richtig nah bei mir wird er nicht quasi angezogen durch den solarhelm oder so ich gehe jetzt auch mal raus das wollte ich ja mal ausprobieren dann ist es genau in dem moment auf dann hat es genau in dem moment aufgehört also irgendwie kriege ich jetzt nicht so richtig blitz ab ich weiß ja nicht was du anstatt dass der blitz da und zu dir kommen will ja es ist ja klar das teil wird wenn es blitzt oh shit da hinten brennt es wieder holz reinhauen ich bin gleich wieder da ich werde wieder nicht getroffen ich werde auch mal getroffen werden und dann töten wir das skelett ich glaube es ist schon in der nähe von mir oh da hinten ist er jetzt geht's ab ach man schon wieder ender ich glaube es hat wieder aufgehört ja und er glaubt die folge heißt die blitze mögen mich nicht das teil sich baut jetzt einfach sich tief in den boden bis zum bedrock okay dann gibt es das dulis und zwar eisen oder erzen oder dios und da habe ich gerade ein enderman gesehen gar nicht gut und da habe ich gerade ein enderman gesehen gar nicht gut ich glaube irgendwie dich mögen sie voll aber mich nicht ich glaube irgendwie dich mögen sie voll aber mich nicht ja gut wäre meine rüstung aufgeladen dann hätte ich bestimmt kein fein schaden verloren so gut ja auf jeden fall der blitz mag mich nicht die wir sehen die blitze mögen mich nicht aber ich wollte jetzt echt mal schauen ob der mich auch so trefft sei es ist auch wie arab aber ist ja nicht der fall anscheinend gut das könnten wir jetzt noch großartig machen ja der part war wieder ein bisschen langweilig ist mir mega leid dafür im nächsten part wenn die blöde anlage mal wieder geht ist ja gerade nicht der fall aber wenn die blöde anlage wieder geht dann werde ich mir auf jeden fall wieder ein paar neue äxte machen oder wäre diesen gigantischen rubber baum gummibaum füllen oh gott brennt feuer wo denn überall feuer nein ich bin bloß noch ein bisschen glas ja dann muss ich machen wir sind ja alle glücklich und ja und dann habe ich unendlich aber wo ist er gescheit damit wenn ich die oder bau das macht keinen schaden juhu ist wieder tag bedeutet die blöden anlage hin müssten wieder funktionieren was muss ich machen ja sie funktioniert wieder oh mein gott wie geil ist das denn jetzt erstmal den ganzen müll hier rein so ihr habt ihr das hier das hier das hier das hier das hier das hier war ich jetzt auch nicht und die zwei print page die brauche ich auch nicht mehr kann ich auch da rein tun so passt ja jetzt noch mal sortieren perfekt so ist auch noch genug speicherplatz frei oh der dritte strich kommt ein eihunds ein eihundsickel gut dann würde ich sagen war es mit der folge haut rein schau tschüss 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 tschüss